So, bist du immer noch durchgehend am Arbeiten? Ah. Okay, also ich denke... Oh, warte mal, Tee. Logistik-Robot-Cargo-Size. Von Kisten zu Kisten. Heißt das wirklich, dass... Zählt das hier als Kiste? Das kann ich schwer nachvollziehen. Kupferrad. Das scheint so, als wäre er mit jedem mal drei transportiert, sonst würde er gar nicht hinterherkommen. Sonst müsste er dreimal hin und her gehen, bevor der einmal arbeitet. Okay. Tee. Nicht Logistik-Roboter. Nicht die da. Wo ist das? Das da. Inserters can pick up one more item when moving from container to container. 200 blaue. Egal, forschen. Ich hoffe mal, das gilt jetzt wirklich für das, was ich denke, dass es gilt. Also, dass eine Fabrik auch als Container gilt. Sonst wäre das doof. Naja, sonst hätten wir es im Notfall dafür, dass später die Züge schneller entladen werden. Was ja auch ganz schick ist. So, also ihr seid durch an dem Arbeiten. Du brauchst jetzt eigentlich noch einen grünen Chip. Drei Stück. Was sagt das System? Wir haben immer noch kein Plus bei grünen Chips. Was mir zeigt, was für ein Problem wir mit grünen Chips bisher hatten. Wenn wir das Ganze jetzt... Also wir haben beide Fabriken um 50% gesteigert. Und die Drahtproduktion haben wir auch dezent gesteigert. Und trotzdem kommen wir noch nicht hinterher. Übel, übel. Okay. Und ich habe... Ah, nee, es ist Nacht. Okay, 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 okay. Das heißt, jetzt stachele ich darauf, dass es hell wird. Und sobald es hell wird, laufe ich los und töte Dinge. Wie sieht es denn drum aus? Nee. Die neuen Fabriken brauchen ein bisschen Wasser. Oh, geht, geht. Habe ich noch irgendwas, was ich in den Anzug reinschmeißen wollte? Batterien. Zehn Batterien. Brauchen wir mehr... Bau die mal. Ich hätte gerne schön viel Batterien, damit meine Schildelänge halten und schneller aufgeladen werden. Defender-Kapsel. Was fehlt da? Rote Munition nach Stahl. Ist immer wieder Stahl. Ich wollte hier auch eigentlich was bauen, ne? Was hat mich davon abgelehnt? Ich glaube... Ja, hier sind die Fernse. Da. Da. Alles. So, das hier ist alles im Weg, ne? Ja. Weg, weg. 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 Hier hin. So. Keine aktiven Kisten. Aber ich brauche Stahl, um die passiven zu bauen. Ihr seid doch doof. Ich gucke mal ganz kurz hier ins Lager wegen Eisenplatten. Da sind ein paar Eisenplatten. Gut. Dann hätte ich jetzt gerne... Dich voll damit, dich voll damit, dich voll damit, dich voll damit. Grüne Chips rein. So. Ich brauche alles an Stahl, was ihr haben könnt. Okay. So. Jetzt bekommt ihr... Eine Request Adjust. Für Eisenplatten. So, Ärmchen kann ich schon machen. So, so. So, so. Ärmchen sind alle. So, baue mehr Ärmchen. Nimm mehr Stahl. Bau mehr Kisten. So. Du nimmst, du nimmst. Eisenplatten. Ruhig ein bisschen mehr. Fünf... Hundert. Eisenplatten. Fünf... Hundert. Mitkommen, mitkommen. Passive Kisten. Wollen wir als nächstes. So, und... Ämchen rein. Ämchen raus. Ämchen rein. Ämchen raus. Mitnehmen, 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 mitnehmen. So. Passive Kisten. Zwei Stück. Sehr gut. Dahin. Dahin. Mehr Stahl, mehr Stahl. Hehe. Das war jetzt nicht so gut. Jetzt wird mir wieder Stahl wieder geklappt. Und ich habe keinen Stahl, mit neuen Kisten zu bauen. Also bauen wir hier unten die... Es ist Tag. Nicht gut. Eisenplatten. Fünfhundert. Und hier kriegst du das da und das da. Tut was, während ich weg bin. Ich muss aliens töten. Lauf, 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 lauf. Lauf. Das kleinste bisschen Tageslicht ausnutzen. Und bau bitte eine Batterie. Ne. Bau bitte noch eine MK2-Batterie. Äh, Schild. Das da. So. Was wollen wir töten? Das da sieht gut aus. Das ist nah dran. Also, einmal hier durch. Einmal zu machen. Ich brauche... Wieder aufmachen. Wieder zumachen. Ich bin hier kein bisschen vorbereitet. Das ist doof. Das ist echt doof. Obwohl, warte mal. Ich glaube, ich mache mal einen auf Rambo. Ich brauche keinen Wagen. Ich habe Lasergeschütztürme auf meinen Schultern. Und ich habe Solarzellen irgendwo in meinem Po. Und... Komische Kugeln, die um mich rumfliegen. Ich bin toll. Und ich speichere vorher lieber ab. 25. Speichern. So. Und jetzt gehe ich einfach auf die Dinger zu. Müssen wir noch irgendwas einbauen? Bauen wir mal ein Schild ein. Gehe jetzt einfach auf die Dinger zu. Die Batterie ein. Ich gehe jetzt einfach auf die Dinger zu und schieße. Und ich hoffe, ich schaffe das. Mal gucken. Und es klappt. Hammer. Ich habe keinen Kratzer abbekommen. Okay. Aber die Batterie ist auch leer. Und Schild war auf 20, 30 Prozent runter. Ah. Das ist krass. Okay. Sehr schön. Da haben wir da unten noch einen Wurm. Oder ist das Öl? Ich glaube, es ist ein Wurm. Schild lädt sich sehr langsam auf. Und ich musste gar nicht diese komischen Dinger da benutzen. Da. Wurm. Weg mit dir. So. Da unten werde ich nicht hinlaufen. Ah. No, Sir. Da lau ich nicht hin. Das ist zu groß. Das da wäre, glaube ich, noch okay. Wobei ich anmerken muss. Unser Schild ist immer noch nicht voll und die Batterie noch lange nicht. Die Dinger müssen auch noch aufgeladen werden. Ja. Wir brauchen unbedingt einen Fusionsreaktor. Der braucht allerdings 100, ne? Ja. 100 blaue Chips und 30 Alien-Artefakte. Das ist nicht so schön. Und warte mal, da oben sind. Ja. Zwei Spawner. Und blaue Beißer. Ja, nee. Gucken die bei so kleinen Sachen raus. Wie hier Würmer. Die kann ich machen. Wird nichts hinterher gespawnt. So. Batterie lädt sich auf. Auch wenn es irgendwie dunkel aussieht. Da sind Würmer. Okay. Medium Würmer. Die dürfte ich einfach... Ah, ist doch ein großer Ball. Nee, Medium. Lass mich durch. Weg, 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 weg. So. Klappt gut, klappt gut. Aber Schild ist fast weg. Und Batterie wieder weg. Also Strom auch hier in unserem Suit definitiv ein Problem. Bei unserer Basis hält es sich ja momentan. Ich wage nicht zu sagen, dass es gut läuft mit dem Strom in der Basis. Sonst läuft sofort wieder hin und ist etwas falsch. Aber es hält sich auf jeden Fall. Hier beim Suit. Ah, ah. Jetzt haben wir es auch Nacht und ist schon wieder alles vorbei. Aber sehr gut zu wissen, dass es geht. Man muss nicht immer panisch mit dem Auto hin und her fahren. Jedenfalls bei den kleineren Basen. Bei den größeren ist es bestimmt noch eine gute Sache. Bestimmt noch ein guter Schutz. Aber Klein-Kram geht. Klein-Kram geht. Fusionsreaktor sehr, sehr wichtig. Das heißt, 100 blaue Chips ist nur eine Frage der Zeit. Und 30 Artefakte. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Die Artefakte, die wir hatten, haben wir alle zu Science Packs gemacht. Und neue zu holen ist jetzt nicht mehr so einfach, wie ich dachte. Obwohl wir könnten, wir könnten einfach mal ganz weit weg fahren. So ein Sommerurlaub quasi mit einem Buggy. Und ganz vielen Repair Packs, weil ich durchgehend ganz viele Bäume umholzen werde. Und dann suchen wir irgendwo abseits vom Schuss, wo die Dinger noch nicht so groß geworden sind. Kleinere Basen und hauen da die Eiergien weg. Das klingt nicht schlecht. Also mach mal zu. Ich hätte gerne Engines. Also, und wir wollten da Steiner zu Ende bauen. Also, Stahl zu Ende bauen. Engines einsacken. Zwei, drei Autos bauen. Genug Repair Packs einpacken. Die haben wir, ja. Und dann gehen wir wieder los. Eins töten. So, du brauchst noch eine Requestor Chest. Da. Requestor Chest dahin. Eisenplatten. 500 Stück. So. Was sagt das System? Das System sagt, wir haben 50 Stahl im System über. 70 Kupferkabel. 12.000 Eisenplatten. Und 100 grüne Chips. Moment mal. Moment mal. Haben wir euch irgendwie eingestellt, dass wir nur 100? Ne. 113. 113. Wir haben einen Überschuss an grünen Chips. Sehr schön. Jetzt rote Chips. Was mit euch? Was fehlt bei euch? Nix. Okay. Dann baut doch mal bitte schnellere Fabriken. Ihr beiden seid schon ganz schnell, ne? Ja. Oh, die dauern ja ganz schön lange. Oh ja, die beiden machen wir dann auch gleich zu schnellen Fabriken. Dann haben wir auch hoffentlich bald hier im ME-System unten rechts die Anzeige, dass wir rote Chips im Überlauf haben. Und dann kommen irgendwann die blauen. Gucken wir mal. So, dich könnten wir jetzt nochmal steigen. Du brauchst aber 300 davon. Das ist nicht gut. Shutgun Damage braucht auch was davon. Combat Robot Damage. Sind das die Dinger auf meinem Schulter? Discharge Defense. Umspann Berg. Ja, so viel einfaches Zeug ist hier nicht mehr. Rocket. Damit habe ich auch noch nicht gearbeitet. Granaten auch noch nicht. Bauen wir mal eine Explosive Rocket. Mal gucken, wie die Dinger gehen. Ich gucke mal kurz hier hin. Brauche Kohle. Wo ist Kohle? Da wäre Kohle. Und hier ist Kohle. Gib mir mal 50 Kohle. Bauen wir mal 5 Granaten. Und dann gucke ich mal, ob es hier einen Hotkey für gibt. Weil es wäre doof, wenn ich im Kampf immer wechseln muss. Also. Build Ghost. Next Weapon ist U. Da müsste ich im Kampf immer U drücken. Nicht ernsthaft, oder? Mine Build. Shoot Enemy Space. Shoot Selected C. Connect Train. Pause Game. Nö, ich sehe nichts für Granaten. Das ist nicht gut. Das heißt, Next Weapon U. Oh. Die sind auch ganz hinten am Warteschlang. Okay. Also ich stelle mich nachher mal in den Wald und probiere Granaten aus. Das will ich nicht hier in der Basis machen. Aber wenn man wirklich darauf wechseln muss, müssten wir unser restliches Inventar erstmal hier leer machen. Weil ich will keinen Flammenwerferlern aus versehen in der Hand haben oder ein doofes, uraltes Maschinengewehr mit billig Munition. Geht gar nicht. Achso, weil ich keine andere Sache habe zum Wechseln. Okay. So, Fabrik ist fertig. Die kam hier hin. Schnelle Fabrik. Bitteschön. Ab dann. Bekintな Wowead. Ingenief. Ingenieur Camp. Ballade Granat.